Einer wollte vorhin wissen, wegen InsassiTV, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, egal wie sehr der Bi-Fahrt, das habe ich InsassiTV das letzte Mal auch geschrieben, egal ob wir Bi-Fahrt oder so, ey, diese Videos sind unterhaltsam, wirklich, die sind wahnsinnig unterhaltsam. Und egal wie die Community ist oder wie, wer, was, wo handelt, man kann nicht abstreiten, dass die Videos nicht gut bearbeitet sind. Ey, yo, Leute, was geht? Heute zeige ich euch etwas von meiner Kindheit. Komm, wir gucken es an. Und zwar, ihr wisst doch, meine Oma ist hier und ich versuche heute, meine Oma umzubringen am Räumen. Let's go, lad! Ja, hier, Standardskill, ja, okay, Standardskill spielt ihr mit. Ja, ich wollte schon sagen, es ist jetzt das falsche Video. Sohne, Mann, wo bist du? Komm mal her! Flucht, Flucht! Auf und auf, Räum! Ey, bleib mal jetzt stehen hier. Die Drecke aufzumachen! Ey, ich bin eine alte Oma, komm mal jetzt her, wirklich jetzt. Komm, komm, komm! Wenn du kommst, bringe ich dich nicht! Ich verpisch dich nicht! Du kommst jetzt heim ohne Bett, ich sag dir ehrlich, es reicht mir jetzt. Du kommst jetzt her, ich ruf Jugendamt an. Ich ruf Jugendamt an! Okay, komm, okay, komm! Okay, komm, ich tu nix! Ey! Komm her! Komm her, allein! Schmeiß das hin! Ey, sag dir... Ey, ihr habt echt eine Mache. Deine alte Oma ist die Treppe runtergefallen. Was ist das, Alter? Aber was ist das bitte auch für ein Spiel? Ich meine, da ist ein Kind und da ist eine Oma und das Kind kann diese Oma die ganze Zeit schlagen, treten und gefühlt umbringen. Was ist das für ein geisteskrankes Spiel, Alter? Du bist im Knast. Du kommst, komm wir nicht zu nah, Omi. Ey, ich sag dir... Das ist Granny-Siminale, ja, Mann. Auf und abräumen! Ah! Stimmt! Ah! Mein Gesicht! Mein Gesicht! Ah! Jetzt reicht's! Ah! 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 Junge, was ist das denn? Junge, diese Oma hat gerade eben einfach das Kind komplett gegen die Wand getreten, Alter. Was ist das für ein geisteskrankes Spiel, Alter? Ich muss meinen Aufgaben, oder was machen? Ja, ich muss meinen Haushalt machen. Mach deinen Haushalt, ich mach nix. Ich mach nix. Stimmbleib, FBI! Ey, ich hab nix gemacht, Mann! Setz, pass auf, du setzt dich jetzt auf die Couch. Ich sag dir ehrlich, sonst werde ich dich schocken. Ja, Omi. Okay, Omi. Setz dich auf die... Ey, hör mal raus! Blablabla! Du bist ja so, Bro. Oh, Junge, was ist das, Alter? Komm mir nicht zu, Omi! Ey! Komm mir nicht in dein Götz! Junge, wie kann man denn das Messer wirklich komplett in den Anus rammen? Es ist halt wirklich genau drin, ja? Es ist exakt reingegangen. Hast du was dann eben geworfen, Idiot? Nein, hab ich nicht. Du bist gleich tot, Land, mein Pfistich! Hast du gerade Messer auf mich geworfen? Ja, weil ich jetzt... Ich werde deinen Onkel rufen. Ich ruf Onkel an. Ich sag, dass du geraucht hast heimlich. Geh weg! Ich hau dir das Ding in deinen Kopf! Ich geh weg! Ich geh weg! Ey, du hast deine Aggression nicht unter Kontrolle, ich sag dir ehrlich. Ich gieße jetzt hier einfach meine Blumen weiter. Ja, okay, geh. Mach dein Ding da. Okay, ich mach mein Ding. Jugendamt kommt. Ehe es angerufen, fertig ist. Ich hab selten so ein brutales Baby gesehen. Leute, wir haben es gleich geschafft. Oha! Was? 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 Du hast was gleich geschafft? Komm mal her, komm her! Sag ich nicht. Hab Respekt vor mich, vielleicht haltst du! Komm her! Ey, pack die Rohrzange weg. Ich packe sie nicht weg! Zauber! Oh, meine Freunde! Oh, 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 oh! Jürgen, was ist das denn? Ist das Spiel komplett verbuggt oder ist das Spiel komplett verbuggt? Guckt euch das doch mal an hier. Oh mein Gott! Ey, Theo, küsst dich, Brüder. Sohnemann, ja, ich hab Essen für dich gemacht. Hunger, Hunger! Hast du Hunger? Was ist das? Du hast Hunger, ne, Sohnemann? Dieses Messer, Alter. Nö, nö, nö! Au! Gewonnen! Oh, Junge, ist das gut, Alter. Ja, Theo schämt dich zu schweien. Omi, wo bist du? Ja, kommst du, mein Schatz, kommst du. Ich will dir was sagen, Oma. Was? Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Sehr lieb. Du bist meine Lieblings-Oma. Ja? Ich steck dir nach Fisch! Komm her, geh! Baby, komm, ich hab was für dich, komm. Ich hab was Gutes für dich, komm. Was hast du denn für mich? Deine Milch, ich hab deine Milch, komm her. Wie, was ist die Milch, Bro? Diese Milch! Oh mein Gott! Komm her, wenn du ein Mann bist! Ich habe, hab ich gesagt, oh mein Gott! Oh! Don't! Du kannst... Jetzt bleib draußen, du bist gefeuert, aber nach oben. Alter, was ist das für ein geisteskrankes Video? Ohne Scheiß, was ist das im Video? Komm her, lass mich mal in die Frau gucken. Ich will dir ein bisschen Fernsehen gucken. Komm sofort hierher! Bleib stehen. So, weg mit dir, Schmutz. Schmutz, Oma, habt dich nicht mehr lieb. Das gibt Haustanissen. Ich geh jetzt am PC. Haha, ich geh jetzt am PC. Und spiel Minecraft. Das machst du sofort aus! Nein, ich spiel jetzt Minecraft hier. Kleiner Scheißer! Komm her! Jetzt ist mein Geheimversteck. Du gehst... Hahaha! Ist das hier dein Lieblingsgeschirr? Ja, wie geil! Ich hau dich tot! Wir, du wirfst es da raus! Du kleiner... Ach, stimmt, der war ja mal ganz gesperrt, ne? War man in seinem Kanal komplett... Ich glaub, in dem sein Kanal stimmt, der war ja mal ganz weg. Der war ja mal ganz weg, ja. Aber der macht schon wieder seit längerem Videos. Das ist aber schon wieder... Das ist fast ein ganzes Jahr her, weil da hab ich sogar davon berichtet auf meinem Hauptkanal. Komm her! Nö! Und ich hol jetzt noch mehr Lieblingsgeschirr von dir. Monaco Imiya! Du kleiner... Hahaha! Ich hab keine Energie, Mann. Ich oma, wehe, du wirfst das... Nenn mich nie wieder, Oma, du kleiner Scheißer! Nein, du bist ne Hexe! Hexe Baba Yaga, Alter! Kennst du die? Du bist Hexe Baba Yaga, Alter! Du bist die! Schau dir mal meinen Körper an, was hast du damit gemacht? Ich bin, wie diese eine spielt, dieses eine Lotti-Carotti haben wir da drüben, ja? Ist das ein... Leg das Messer weg! Nein! Leg das Messer... Sei lieb zu deinem Enkel! Leg das Messer weg, hab ich gesagt! Nein, ich will, dass du lieb zu mir bist! Komm her, Kleines! Alles gut! Ja! Alles gut! Hahaha! Woher hast du denn, Oma? Junge, wie stark, Alter! Oma! Alter! Endlich ist dir, alte Todmann! Alter, der hat grad einfach die Oma gekillt! Ich hab keinen Anfangen! Oma! Alter! Endlich ist dir, alte Todmann! Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video! Heute mache ich einen Rufpunkt! Lalalala, hui! Oh mein Gott! Ey, Stanni, ich sterbe! Ich schwör's dir! Suck! Ey, ich sterbe! Wie du stirbst! Warum, Alexis? Was? Ich bin nicht dein Sohn! Oh, fuck! Oh mein Gott, was ist das? Oh! Es ist kein Geist, das bist du! Nein, das ist Nebelix! Hahaha! Oh, das sieht doch... Oh mein Gott! Ich muss mir jetzt... Hahaha! Junge, als ob die eine Handgranate einfach so in dem Zimmer liegen hat. Chichi an der Stelle, ja? Chichi an die Oma! Wacht's denn? Oh mein Gott! Komm mir nicht zu nah! Du kleiner Go! Ich hab eine Granate in der Hand! Ich sag dir ehrlich, ich lass sie zu mir! Nein, nein! Hahaha! Ey, das ist jetzt kein Spaß mehr! Ja, hör mal auf damit! Hahaha! Aber wie du das auch kommentierenst, du? Das ist kein Spaß! Jetzt hör mal wirklich auf damit! Hahaha! 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 Oh! Komm mal her! Ich komme, ich komme, warte! Nein! Warte, ich komme, warte! Hier ist der alte Dachboden von Opa! Wo bist du? Ja, du musst ins Schlafzimmer gehen und dann raus auf den Balkon! Ja, komm mal her! Ich hab Angst, dass ich weggekommen bin! Was da oben ist? Nein, hier, guck mal, hier ist eine geheime Tür! Hier ist eine geheime Tür! Komm nicht zu nahe! Ich... Ah! Oh, Alter! Einfach blutverschmiert alles! Ah! 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 Oh! Oh mein Gott! Nein! Was bist du denn da? Nichts! Ich hab gar nichts, Obe! Hehehehe! Hehehehe! Ich verstecke mich einfach, du wirst mich eh nicht finden! Hab mal rumprobiert! Oh, ehrlich! Aber stark, stark, muss ich euch sagen! Was ist denn? Für deine Verhältnisse, gut! Hehehehe! 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 Ey, ohne Scheiß, das unterhält so geisteskrank! Ey, wirklich, egal wie der Beef damals war zwischen ItzazinTV und mir, ey, dieses Video ist einfach eine Elf von Zehn! Das Video ist wirklich unfassbar geil geworden! Wirklich unfassbar geil! Ja, Banani, hallo, du bist einfach ein mega... Ey, bist ein übelster Keck einfach! Bist ein übelster Keck! Ja, also für deine Verhältnisse ist gerade mal noch so okay! Oh, wer! Entschuldigung, hier noch... Können wir die Kühlschrank aufmachen? Ja! Jetzt gibt's Kekse für meinen leckeren Sohn! Oh, fuck! Ich will mitgucken! Aber nicht rein keckern da! Ja, alles gut! Kein keckern! Oh, Kekse! Kekse! Guck dir das an, Sohnemann! Oh, ist das Halal? Leckere Kekse von deiner Lieblingss-Mann! Ne, Banani, ich liebe dich auch nicht, weil du ein Schwein bist! Das ist Haram! Hahahaha! Sohnemann, bist du aufgeregt? Ah! 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 Du verdammter Dreckssohn! Hast du meine Kekse aufgehoben? Oh! Oh! Oh, vom Leiden! Hhhhh! 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 Das ist gut, Alter! Hey, was hat der gerade gemacht? Was ist denn jetzt hier gerade passiert? Was ist das für ein geiles Spiel? Das ist so Granny Simulator oder sowas. Hhhhh! Hahahaha! Hhhhh! Hhhhh! Das ist so stark, Alter! Ich bin selbst hochreifend auf 3 AP, meine Kekse sind aber gleich fertig! Hey, ich hab... Ich will nie wieder deinen Oma, ey, ich spiel auch nie wieder mit dir das Spiel! Ich hab noch nie sein Spiel gesehen! Was war das? Haben wir nach oben? Der schlimmste Junge, den ich kenne! Hahahaha! So ein Enkel wünsch ich keine Oma! Ach, Jelle Bruder, Jelle! Hey, Respekt, wirklich! Respekt! Ich denke halt, InsasiTV, der wird halt für seine Videos kaum Geld bekommen, weil das halt wahrscheinlich werbeunfreundlich ist. Aber ich glaube, durch den Creator Code verdient er einen guten 5-stelligen Betrag. Ich glaube, das haben immer noch Hunderttausende eingetragen, diesen Creator Code, weil der halt eine echt krasse Community hat. Ey, ich muss wirklich sagen, das ist so ein starkes Video! Also das Video ist richtig, richtig gut geworden! Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020